Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play I'm Alive Part 5 Wenn Sie sich im dichten Stab befinden, verbrennt Ihre Ausdauer bis zum Tod. Klettern Sie über den Stab, um sich auszuruhen. Okay. Die meisten Personen, die sich Ihnen nähern, werden nicht angreifen. Wenn Sie nicht rennen, Ihre Waffe nicht ziehen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich habe mich schon mal Waffe gezogen und bin erschossen worden. Wenn Sie sich mehr an Gegnern gegenüberstehen. Einige Charakter verteidigen nur Ihr Gebiet. Andere sind aber aggressiv und suchen nach Ärger. Das habe ich auch schon gemerkt. Okay, ich muss die Medizin aus der Kiste besorgen. Für die kleine Mei. Liegt hier irgendwo Zeug rum? Nein, sowieso sieht man nicht. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss da rüber. Okay. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Ah, ein Skelett. Der hat es wohl nicht geschafft. Hm. Need water. Ja, da ich hier wahrscheinlich nicht mehr rauskomme. Ja. Muss ich... Ne, hier muss ich nicht runter. Ich muss hier hoch. Genau. Ich habe ja noch einen Kletterhaken. So, das war jetzt einfach. Ah, jetzt müssen wir wieder rutschen. Okay. Juhu. Ah, okay. Anscheinend muss ich jetzt über die Brücke da rüber. Oder über die Zugschiene oder was das auch immer mal war. Bloß jetzt ist die Frage, wie komme ich da hinten? Ah, schon bitte. Aber da lag ja nichts, ne? Dann gehen wir wieder runter. Ach du Scheiße, meine Ausdauer wird verbraucht. Okay, da muss ich mich jetzt, da muss ich mich jetzt beeilen und zwar muss ich jetzt da rüber. Schnell hier hoch. Bevor ich abkratze. Ah, gut. Zum Glück ist jetzt kein Storb mehr da. Ich bin schon draußen. Ich bin schon draußen. Mir macht's verdammt Spaß. Mir macht's verdammt Spaß. Ach so, wo muss ich denn lang? Oh, ich bin fast da. Warte mal. Hä? Bin ich ganz falsch? Wo muss ich... Bin ich jetzt richtig? Okay, anders herumdrehen. So. Jetzt geht's guck ich in die richtige Richtung. Eigentlich muss das Gebäude hier sein, oder? Okay. Hm. Wie komm ich da rüber? Wie komm ich da rüber? Ah, ich muss da runterrutschen, okay. An dem Rohr. Komm, gib Gas. Okay. Okay, ich muss hier irgendwie hoch. Shit, ich bin fast tot. Okay. Schnell, 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 schnell. Komm schon. Boah. Gerade noch so geschafft, Mann. Aber ich muss da hinten irgendwie hoch. Das ist scheiß psychisch, aber... Wo komm ich da hoch? Ich muss nochmal weiter hintere laufen. Aber zuerst muss ich irgendwas essen, damit ich... ...mehr Ausdauer hab. Genau das hier. Okay. Perfekt. Okay. Und jetzt Concentration. Hey. Jetzt geb Gas, komm. Komm, 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 komm. Dann! Kann ich noch mal auf den Wegkommen kommen. Wie ist das? Wie ist das? Oder wie ist das? Wie ist das? Du wirst? Wie ist das? 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 Ich muss da rüber. Hey, da lag ja was, da lag was. Ein Flasche. Perfekt! Mal gucken was ihn sich jetzt erwartet. Ich könnte weder irgendwie wird diese Kiste da mit der Medizin wieder bewacht. Oder irgendwie ist sie nicht da oder irgendwie muss ich wieder klettern oder irgendwas passiert wieder. Das mit dem Klettern war auch eine gute Idee, dass da die Energie verbraucht wird. Okay, Medizin aus der Kiste besorgen. Ich bin immer voll Panik. Ich bin immer voll. Ach du Scheiße, ich glaube das sollte ich nicht... Ja doch, da muss ich runterrutschen. Ja, machen wir es einfach. Okay, da unten sieht es verseucht aus. Das scheint so starb zu sein. Gehen wir lieber nicht runter. Ja. 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 Oh, das ist die Wasserflasche. Oh shit, ich habe keinen Pistolen-Schuss mehr. Das ist mir gerade aufgefallen. Das ist für ein Hardporter. Ach du Scheiße, jetzt muss ich in den Bauch... Shit! Shit! Ah ok, das ist gar keine verpasstete Luft, ne? Ist ja egal! Aber hier lag was. Schmerzmittel. Ne, dahinter lag auch was. Oder? Ne. Ja, Müllsäcke. Toll schon. Na ja, gehen wir wieder hoch. Komm schon, gebt Gas. Puh. So, jetzt muss ich irgendwie dahin rutschen. Beim Rutschen gedrückt halten, abbremsen. Ah ok. Perfekt. Was? Warum hat das nicht noch eine Fischkarte? Ja klar. Ja klar. Ok, gucken wir lieber mal nach... Ein bisschen Energie. So, Wasserflasche. Und das hier. Ja perfekt. So. Der ist mit dem Rutschen, das schaffen wir jetzt. Das ist eins, was ich höre. Ok, Konzentration. So, was ist denn? Wenn der Rutsch ist los oder nicht? Ja. Wir lassen uns ausruhen. Was steht da unten eigentlich? Lotos! ich kann es leider nicht in Deutsch übersetzen, da ich nicht weiß, was Luthers heißt. Naja, egal. Äh, ich beende Part hier jetzt. Der geht zwölf mit, ne, fast dreizehn Minuten schon. Okay, also bis dann, tschau!